Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen digitalen Roundtable Halo Industry Insights. Heute widmen wir uns dem Thema Mitarbeiterkommunikation bei öffentlichen Behörden, das heißt bei Städten und Kommunen. Mein Name ist Daniela Kreitz, ich bin Field Marketing Managerin bei Halo und wer Halo noch nicht kennt, wir sind eine Employee Communications Plattform für clevere interne und externe Kommunikation. Ja und wie ihr es schon richtig sehen könnt, bin ich natürlich nicht allein hier. Ich habe mir für die heutige Session drei Expertinnen eingeladen, die ich euch kurz einmal vorstellen möchte. Mit dabei ist Matthias Frey, er arbeitet bei der Stadt Zell in der Stabstellenposition für Digitalisierung. Daneben haben wir Jens Rainer Jenig, er ist Gründer und Geschäftsführer bei der Kommunikationsagentur MC Quadrat und zudem langjähriges Vorstandsmitglied der Initiative D21, Deutschlands führenden Netzwerk für digitale Gesellschaft. Und zu guter Letzt meine liebe Kollegin Lea Döbler ist hier bei Halo Account Executive. Hallo ihr drei, schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, ich freue mich auch und würde auch direkt sagen, wir legen einfach los. Und zu Beginn habe ich uns einen kleinen Opener mitgebracht, eine kleine Speedrunde. Geht eigentlich ganz einfach, ich stelle euch eine kleine Frage und bekomme von jedem von euch eine kurze, knackige Antwort. Und die Frage lautet, was ist die eine Sache, die Städte und Kommunen ermutigen kann, in moderne interne Kommunikation zu investieren? Jens Rainer, ganz spontan. Ermutigen, glaube ich, können sich Städte lassen davon, dass es zunehmend den Wunsch zukünftiger Mitarbeitenden geben wird, eine gute interne Kommunikation haben zu müssen, um als Arbeitgeber auch attraktiv zu sein. Matthias, was wäre deine Antwort? Auf jeden Fall auf der Arbeitgeberseite auch mal zu sehen, Effizienz und natürlich deutlich schnellere interne Kommunikationswege, verschnellerte Arbeitsabläufe. Das wird ja auch oft gerne gesagt und ich denke mal, das ist auch eine super Sache, um auch für den Arbeitgeber zu sagen, es geht dann zukünftig auch mal schneller. Die Antworten kommen schneller und es läuft alles ein bisschen einfacher und flüssiger. Ja, da stimme ich zu. Lea, du hast das letzte Wort. Für mich der Tipp oder einfach der Ausblick auf eine bessere Kultur, attraktiver Arbeitgeber zu sein und auch mehr Produktivität zu schaffen und auch der Ausblick, dass eben schon viele Städte das geschafft haben und der Prozess dahin gar nicht so langwierig und schwerfällig sein muss, wie man vielleicht vorher denkt. Ja, perfekt. Da waren schon ein, zwei tolle Aspekte dabei, wo ich hoffe, dass wir die gleich im Laufe der Session noch ein wenig vertiefen können. Ich habe für uns vier Thesen vorbereitet, die wir ein bisschen mehr besprechen werden, um in das Thema interne Kommunikation bei Städten und Kommunen tiefer einzusteigen. Und wir starten auch direkt mit der ersten These. Stadtverwaltungen sind steif, eingestaubt und nicht bereit für moderne Kommunikationslösungen. Ja, ich weiß, eine sehr steil beziehungsweise spitzformulierte These stellt sich natürlich an der Stelle die Frage, ob es sich dabei eher um ein Vorurteil handelt, wie vielleicht Stadtverwaltungen von außen wahrgenommen werden oder ob da auch ein Fünkchen Wahrheit hinter steckt. Jens Rainer, was ist deine Einschätzung an der Stelle? Naja, ich glaube zum einen tatsächlich, es ist ein sozialisiertes Bild und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, dieses Bild aus den Köpfen zu bekommen. Ich mache die Erfahrung, wie in allen Industrien, du hast hochmoderne, innovationsfreudige Kommunen und Stadtverwaltungen und du hast diejenigen, die sich noch nicht bewegen wollen. Also es ist wie immer differenziert, es gilt nicht so pauschal. Es ist eine große Herausforderung, dieses Bild aus den Köpfen zu bekommen und auch ein anderes Selbstverständnis zu entwickeln. Lea, siehst du es ähnlich? Ja, also ich glaube, das Vorurteil, ja, ist nur noch, trifft nur noch bedingt zu. Das kommt halt einfach daher, das Vorurteil, dass eben Städte und öffentliche Einrichtungen viele Regularien und Prozesse haben, die ihnen vorgeschaltet sind. Aber es ist immer noch ein Unternehmen und da sind immer noch Menschen, die da arbeiten und die haben auch den Wunsch, modern zu sein. Und ich denke, dieser Wunsch ist in allen öffentlichen Einrichtungen auch vorhanden. Und man sieht ja eben auch schon in vielen öffentlichen Einrichtungen, dass sie eben diesen Schritt auch schon in die moderne Kommunikation gewagt haben. Viele Social-Media-Kanäle auch schon da sind und ja, dieser Wandel da tatsächlich stattfindet und das Vorurteil deswegen auch nur noch bedingt eben anwendbar ist. Matthias, jetzt weiß ich, dass du, bevor du zur Stadt hergekommen bist, ja in der Wirtschaft tätig warst, auch in einem Konzern gearbeitet hast. Wie ist an der Stelle deine Sicht auf die Branche öffentlicher Behörden? Also ich kann mich erstmal grundsätzlich nur anschließen. Ein bisschen was Wahres ist da auf jeden Fall mit dran, würde ich nochmal sagen. Es kommt aber auch stark davon an, sage ich mal, von der Führung der Verwaltung, sage ich mal, wie der Verwaltungsvorstand hinter dem ganzen Thema steht, wenn das, sage ich mal, von da gelebt wird schon, die Digitalisierung auch grundsätzlich, die Kommunikationswege zu vereinfachen zum Beispiel, dann läuft es auch grundsätzlich besser, wenn es von oben halt kommt, sage ich mal. Und an sich hat man aber natürlich trotzdem noch Probleme, vielleicht auch jetzt nicht nur, aber es gibt natürlich auch, sage ich mal, die Altersstrukturen, die vielleicht auch so ein bisschen damit reinspielen, noch nicht nur, auf keinen Fall falsch verstehen. Es gibt auch ältere Kolleginnen und Kollegen, die super fit sind und auch Spaß an diesen Lösungen haben, aber da teilweise die Altersstrukturen vielleicht in den Behörden grundsätzlich ein bisschen höher angesiedelt sind, muss sich das erst nach und nach entwickeln, um dann auch die Personen entsprechend mit einzubeziehen. Aber es ist so ein bisschen auch zwiegespalten auf jeden Fall. Wie man so schön sagt, es kommt immer darauf an. Stichwort, ja, ergänzen. Ich würde noch einen Punkt ergänzen wollen und vielleicht auch, Matthias, kannst du auch was zu sagen. Interne Kommunikation ist ja für Verwaltung auch ein neues Querschnittsthema. Und Querschnittsthemen haben leider Gottes immer das Dilemma, sie sind nicht sauber zu verorten, beziehungsweise man muss sich erst den Ort in der Organisation suchen, wo denn dann die Budgets und Ressourcen allokiert werden. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass Stadtverwaltungen diese Querschnittsthemen identifizieren und sich sehr früh, so wie du sagst, und wahrscheinlich, du bist, glaube ich, als Stabssteller aufgehängt, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch an der richtigen Führungsebene andocken mit dem Thema. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, um dann eine Readiness zu erreichen innerhalb der Verwaltung. Ja, das kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Gerade auch, wie gesagt, wo man dann selber sich befindet, diese Stabsstellengeschichte finde ich auch ganz gut, weil man dann auch den direkten Kontakt, sage ich mal, zum Verwaltungsvorstand hat. Wenn man jetzt in anderen Fachbereichen mit eingruppiert ist, was zum Bereich Digitalisierung auch teilweise öfter ist in Kommunen, in anderen Kommunen, dass die in Organisation oder Personal mit angegliedert sind, dann wird es schwieriger, von daraus auch die Wege zu finden. Deswegen, weil das so ein großes einzelnes Thema ist, kann man das meiner Meinung nach auch nicht irgendwie in einem anderen Fachbereich verorten. Und deswegen ist das auch auf jeden Fall gut, dass man da so ein bisschen mehr die Querschnittsthemen hat. Weil wir haben als Digitalisierung, da machen wir uns nichts vor, eigentlich zu allen Bereichen Kontakt und müssen das auch haben. Und von da kann man das dann ganz gut in die Wege leiten, dass die Kommunikation auch funktioniert, so als, sage ich mal, unabhängige Stelle, dass man nicht direkt in den Fachbereich zugeordnet ist. Definitiv. Matthias, du hast eben nochmal das Thema auch Altersdurchschnitt angeteasert. Lea, vielleicht nochmal eine Frage an dich gerichtet. Wie kann vielleicht auch dahingehend eine moderne Kommunikationsplattform dafür positiven Einfluss nehmen, die Arbeitgebermarke nach außen hin mehr zu stärken und vielleicht auch junge Menschen für die Branche zu begeistern? Also generell ist es wichtig, alle Gruppen abzuholen, also dass man da eben nicht eine Teilung findet zwischen den Jungen, die nutzen die digitale Lösung, sondern eben auch eine Plattform schafft, die man die, ich sage mal, die klassischen Boomer im Unternehmen auch erreicht und auch eine Begeisterung für die schafft. Und ich denke, dass dann eben das Hand in Hand geht, also wenn man eben dann eine Kultur aufgebaut hat, die für alle eben dann auch attraktiv ist, dass das dann nach außen strahlt. Also nicht eben nur für die jüngere Generation, sondern wenn man eine gesamte innere Kommunikation aufgebaut hat, die positiv ist, dass das dann eben auch nach außen strahlt und dann das attraktiv für den Arbeitgeber eben ist. Ja, schön, stimme ich zu. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich an der Stelle ein, zwei Aspekte, die ihr schon angeteasert habt, einfach mit in die nächsten Thesen nehmen und auf These zwei überspringen. These Nummer zwei lautet nämlich, Digitalisierungsprojekte werden angestrebt, dann gleich Branchenvorschriften und Regularien interne Prozesse erschweren. Ihr habt es gerade schon angeteasert, der Wunsch ist oftmals da, steht aber immer mal wieder in Abhängigkeiten mit bestimmten Regularien, sei es jetzt beispielsweise auch Themen Ausschreibung, Budget oder Ähnlichem. Jens Rainer, wie sehr erschweren solche Themen interne Prozesse? Also das eine, ich würde da mal eine Lanze für brechen. Also ich finde es immer wichtig, Verwaltungen agieren mit unseren Steuergeldern und deswegen sollten sie damit vorsichtig agieren. Das heißt, sie können, wenn sie Investitionen tätigen, finde ich, sollten sie sich auch die Zeit nehmen, gute Entscheidungen und nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die Erschwernisse haben wir auch in großen Unternehmen. Also da sind Verwaltungen nicht anders als größere Konzerne. Der Vergleich Verwaltung zu einem Startup, das kurzfristig neue Tools implementiert und Best of Breed sagt, ich nehme jetzt alles und basteln mir mein Set zusammen. Ich glaube, das können wir nicht übertragen. Das müssen wir einfach anerkennen. Also insofern denke ich, die Vorschriften hindern und das mit gutem Grund. Sie müssen aber intelligent gestaltet werden. Ich glaube, das ist immer die spannende Frage bei Ausschreibungen. Wie viel Innovation schreibe ich in die Ausschreibung mit rein? Wenn ich nur den Preis ranke und sage, ich will eine, die wirtschaftlichste Entscheidung ist gleich die günstigste, was ja nicht gleich ist. Also günstig und wirtschaftlich sind zwei völlig unterschiedliche Aspekte. Wenn ich aber den Fokus setze, dann geht die Ausschreibung in die falsche Richtung. Das heißt, ich habe den Innovationseffekt, den ich durch Ausschreibung generieren kann, den realisiere ich gar nicht. Lea, du begleitest ja jetzt Kunden schon länger in der Branche, auch was das Thema Ausschreibung angeht. Gibt es Punkte, die dir immer mal wieder in Ausschreibungen aufreien beziehungsweise Stolpersteine oder Themen, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall sagen, darauf sollte man achten? Ja, ich würde da auch auf das, was jetzt Rainer gesagt hat, auch nochmal eingehen. Das ist eben wichtig, dass man, wenn man eben diesen Schritt gehen möchte, moderner Digitalisierung anstrebt, sich rechtzeitig damit zu befassen und dann eben halt auch eine Beratung mit einzubeziehen. Also da eben zu schauen, dass man diesen Prozess, der nicht unbedingt so langwierig und schwerfällig laufen muss, da einfach die richtigen Tools und Mittel schon an der Hand hat, diesen Schritt eben möglichst leicht und angenehm durchlaufen zu können. Und da ist halt eben der Punkt, viele Städte müssen ausschreiben und Vergabestellen sind oft auch noch nicht so in der SaaS-Welt angekommen, kennen sich mit den Lösungen vielleicht auch noch nicht so gut aus. Und da ist eben wichtig, da jemanden auch oft schon an der Seite zu haben, da richtig beraten zu können, auch mit Vergabestellen richtig arbeiten zu können, dass eben Ausschreibungen glatt ablaufen und eben da eben, ja, der Prozess ja auch zum Erfolg führt und zu einem guten Digitalisierungsprojekt führt. Aber da spielt ja an der Stelle auch nochmal eine entscheidende Rolle, dass ich überhaupt weiß, was mein Endziel ist, also wo ich hin möchte, beziehungsweise um auch wirklich die richtigen Anforderungen in der Ausschreibung zu platzieren, oder? Auf alle Fälle. Klar, man sollte sich definitiv schon vorher überlegen, was ist überhaupt das Ziel? Also was ist, was möchte ich überhaupt damit erreichen? Und dann sich eben auch schon rechtzeitig mit zu beschaffen, okay, was sind die Punkte, die wir uns wünschen an einem Kommunikationstool? Also wie soll das Ganze wirklich konkret aussehen? Aber gerade da hilft es eben, sich im Vorhinein wirklich schon mal damit befasst zu haben, da im Austausch mit, ja, mit Beratung oder eben mit Kommunikationslösungen zu gehen, um einfach diesen Prozess optimal vorbereiten zu können. Matthias, ihr habt ja damals, als ihr auf der Suche nach dem Social Internet wart, keine Ausschreibung vorliegen gehabt, beziehungsweise ihr hattet einen freihändigen Vergabeprozess. Jetzt habt ihr im Mai, wenn ich das richtig erinnere, euch für das Social Internet letzten Jahres entschieden und das im November eingeführt. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu eurem Prozess erzählen, was so vielleicht damals auch die Herausforderungen waren, warum ihr euch für ein Social Internet entschieden habt und was der Weg dahin war? Das kann ich gerne machen. Also grundsätzlich, ich bin erst quasi damit eingestiegen, als die Lösung schon oder als die Idee schon aufgekommen war. Es war immer schon die Frage oder die Anregung, dass eine interne Kommunikationslösung kommen muss, irgendwie mit Chatfunktionen zum Beispiel oder um einfach auch Gruppen, Arbeitsgruppen bilden zu können. Also der Wunsch bestand immer schon. Und dann ist das einfach durch ein bisschen Recherche, sage ich mal, hat man sich ein bisschen informiert über den Markt. Was gibt es für Anbieter? Was für Lösungen gibt es? Natürlich auch klar, dann die Vergleiche mit den Preisen auch gezogen. Das muss man ja machen. Das hatten wir ja schon, das Thema. Aber auch da, das fand ich auch auf jeden Fall ganz gut. Wir haben geguckt, was passt auch für uns. Wie Jens schon sagte, das ist halt nicht immer das Günstigste, das Beste, sondern was passt auf unsere Verwaltung im Optimalfall. Und wenn das dann nicht das Günstigste ist, dann ist es halt mal so. Wichtig ist ja auch, dass es nachher einen Mehrwert für die Mitarbeiter bringt. Und wenn das nur durch einen günstigen Preis dann nicht gegeben wäre, das wäre natürlich nicht gut. Genau. Wir haben uns dann erst mal alles verglichen so ein bisschen und sind dann schlussendlich bei Hilo, damals ja noch Koyo gelandet und haben dann nach und nach, haben uns extra ein bisschen Zeit gelassen, auch für die Einführung des Systems, weil wir wollten das nicht überstürzen. Haben uns erst mal so ein bisschen informiert, was sind eigentlich die Anforderungen der einzelnen Fachbereiche zum Beispiel. Haben uns da so ein bisschen Input geholt, um dann nach und nach das System so ein bisschen aufzubauen. Ansonsten ist ja, wie gesagt, die freihändige Vergabe relativ entspannt bei uns abgelaufen. Wenn man alles vernünftig dokumentiert hatte und schon entsprechende Vergleiche gezogen, dann lief das eigentlich ganz gut durch bei uns. Vielleicht da noch mal eine Rückfrage. Wie wichtig war bei euch damals auch das Thema Commitment vom Verwaltungsvorstand? War sehr wichtig auf jeden Fall, aber da, von da gab es von vornherein keinerlei Probleme. Das war, da wurde sofort hintergestanden und gesagt, ja, brauchen wir auf jeden Fall. Gerade damit die Kommunikation flüssiger läuft, damit Arbeitsgruppen gegründet werden können, damit man einfach mal nicht immer vielleicht zum Telefon greifen muss, wenn man einfach nur die Frage hat, bist du gerade am Platz zum Beispiel? Das ist so, wenn man mal doch vorbeikommen muss oder so, das bietet einen großen Mehrwert. Der wurde sofort gesehen auch und da gab es also keinerlei Probleme bei uns. Daniela, darf ich noch einen Punkt ergänzen? Ja, ja, sehr gerne. Matthias hat eben etwas angesprochen, was wir in vielen Projekten in den Jahren immer wieder erleben. Denn du hast die Parallelität eines Implementierungsprozesses oder Projektes und du hast gleichzeitig eigentlich immer ein Veränderungs- oder Transformationsprojekt, was dadurch ausgelöst wird. Und auch das jetzt mit Blick auf Vergabe oder Begleitung, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt, die Dinge nicht zu entkoppeln. Weil wenn du das eine entscheidest und einführst, aber die Begleitung nicht intern realisieren kannst, aber keine Begleitung ausgeschrieben oder mitvergeben hast, läuft das Projekt, das Implementierungsprojekt nicht erfolgreich oder kann nicht erfolgreich sein oder könnte, sagen wir mal so, könnte nicht erfolgreich sein. Ich glaube, das muss man immer bedenken, dass es zwei Dimensionen hat, die man immer mit beachten muss. Es sei denn, es ist eine Ersatzinvestition. Wenn man sagt, wir haben schon ein Social-Internet, jetzt wollen wir ein anderes, aber dann sind wir typischerweise in einer anderen Phase. Definitiv, ständig der Vollzug. An der Stelle kam gerade noch mal eine Frage im Chat rein an dich, Matthias. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr in der Stadt Pferl? Also wir haben in der Verwaltung, das heißt im Rathaus um die 150 aktuell, mit den Außenstellen zusammen sind es um die 350. Cool. Ihr habt eben schon angesprochen, das ganze Thema Veränderung, Transformation muss natürlich mit einhergehen, aber auch neben dem Vorstand müssen noch andere Stakeholder in so einem Projekt mit eingebunden und auch mit abgeholt werden. Diese ganzen Themen würde ich gerne noch einmal vertiefend in den nachfolgenden Thesen mit euch besprechen und dafür einmal auf These Nummer drei überspringen. Ein hohes Informationsvolumen, heterogene Zielgruppen und Wissensmonopole verkomplizieren die interne Kommunikation. In der These steckt natürlich einiges drin, was ich mit euch jetzt mal nacheinander ein bisschen aufdrücken möchte. Generell ist es ja so, dass in Städten und Kommunen immer ein sehr hohes Fachwissen bedarf, beziehungsweise auch unterschiedliche Experten, Matthias hat es gerade schon angesprochen, die für das Thema XY zuständig sind und auch das Thema heterogene Zielgruppen. Wir haben verschiedene Behörden und Abteilungen, sei es jetzt Kita, Standesamt, Ordnungsamt, Strafenbau oder, 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 die dann natürlich auch ein Teil der Kommunikation und auch der Zusammenarbeit sind. Jens Rainer, inwiefern erschweren solche Organisationsstrukturen vielleicht die interne Kommunikation? Also sie erschweren es dann und das kann durchaus wieder sozialisierte Prägung der Organisation sein, wenn sich die einzelnen Verwaltungsbereiche als Silo verstehen und wenn die Kommunikation in diesen Silos quasi rauf, rüber, runter und nicht quer geht, das ist dann eine Behinderung. Ich glaube, was ich wahrnehme, ist, dass viele Verwaltungen darüber nachdenken, wie können wir andere Organisationsprinzipien bei aller Fachlichkeit, die wir haben müssen, aufbauen, wie kommen wir weg von Arbeitsbeschreibungen, die starr sind, hin zu eher Rollenverständnissen, wie schaffen wir auch Expertenwissen, was in einem Bereich durchaus auch in einem anderen Bereich nutzbar ist, auch zu transferieren. Also Durchlässigkeit, Beweglichkeit, Flexibilisierung sind die zentralen Themen. Aber wenn es diese Silostruktur hat und dann sind wir wieder bei dem Veränderungsthema, dann müssen wir darüber nachdenken, wie machen wir die Silos durchlässiger. Dann sind wir wieder bei dem, was Lea angesprochen hat, das ist, und Matthias hat es auch gesagt, das ist eine Führungsthematik, das ist eine Führungskulturthematik, also insofern auch etwas, was wir aus großen Unternehmen ganz klassisch schon seit vielen Jahren kennen und das ist ja immer so, die Verwaltung läuft oftmals bei diesen Veränderungsprozessen den großen Veränderungen in Organisationen hinterher, beobachtet sie und adaptiert sie dann mit etwas Zeitversatz. Nea, jetzt haben wir ja oftmals das Thema E-Mail-Kommunikation, E-Mail-Verteiler, schwarzes Brett, was natürlich sehr einseitig ist. Wie kann an der Stelle eine zentrale Kommunikationsplattform auch helfen, Wissen von den einzelnen Experten für jeden auffindbar zu machen und auch zielgruppenspezifisch Informationen auszusteuern? Ja, also das schließt auch an das Thema Flexibilität an, dass man eben schaut, okay, wir haben diese heterogenen Gruppen und da ist es einfach auch so, dass eine fehlende Kommunikation dadurch ja auch Wissensmonopole entstehen, weil die eben isoliert dann in ihren einzelnen Fachbereiten arbeiten und da helfen natürlich flexible Tools, also dass man eben schaut, okay, was braucht denn meine Zielgruppe an Informationen und wie erreicht sie sie am besten? Und da eben halt zu schauen, okay, was für eine Kommunikationslösung passt sich am besten unseren Strukturen an? Also, dass man eben schaut, okay, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie so ein starres Produkt irgendwie einführen, sondern wir müssen die Mitarbeitenden da abholen, wo sie im Alltag arbeiten. Und das funktioniert am besten eben so zu schauen, also wie läuft die Alltagsstruktur ab, wie läuft der Arbeitsalltag und dann eben alle Mitarbeiter auf die Plattform zu holen, dass sie eben da auch diese Wissensmonopole aufbrechen können, um transparent informieren zu können. Also da eben klassisch über eine Mitarbeitenden-App für diejenigen, die viel unterwegs sind, dass man da eine Push-Benachrichtigung bekommt und eben auch auf dieses Wissensvolumen, was eben oft in Städten vorhanden ist, schnell auch mit einer App zugreifen können. Also, dass man da vielleicht jemanden, einen Expertenfinder hat, wo man dann ganz schnell den kontaktieren kann, um da eben mal sich Wissen abzuholen oder in einen gewissen Bereich reinzugehen, zu gucken, hey, wie läuft das da eigentlich ab, was ist da irgendwie vielleicht Neues an Information dazugekommen oder wenn es Änderungen gibt, eben schnell über die Suchfunktionen in Information zu kommen. Das sind einfach so alles so Punkte, die flexibel sein müssen und die einfach die Mitarbeitenden da erreichen müssen, wie sie auch im Alltag in mir arbeiten. Definitiv. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema zentrale Kommunikationsabteilung eingehen, weil oftmals gibt es auch das Problem, dass es da keine großartigen Ressourcen gibt, dann aber diese große Frage entsteht, oh Gott, liegt jetzt das ganze Thema Wissensmanagement, Information, Redaktion, alles auf meinen Schultern. Matthias, wie geht ihr damit bei euch um? Habt ihr eine zentrale, ich sag mal so, Redaktion oder arbeitet ihr an der Stelle dezentral? Wir haben eine zentrale Organisation dabei, wir haben eine Pressestelle. Grundsätzlich ist es so bei uns, wir haben das Projekt jetzt betreut, die ganze Einführung und sowas, aber wir wollen schon dahin, jetzt muss man am Anfang natürlich dranbleiben, das ist klar. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wir sind ja auch erst seit November dabei und da muss man natürlich so ein bisschen mit dahinter sitzen, dass es auch weiter die Benutzung findet, dass immer mehr und mehr sich die Mehrwerte auch von selber ergeben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und grundsätzlich ist es aber trotzdem so, dass der Zeitaufwand natürlich am Anfang sehr hoch ist und wir deswegen auch dahin gehen wollen, dass es irgendwann sich sozusagen von selber so ein bisschen entwickelt, das ganze System und ich finde, da muss es auch hingehen, dass die einzelnen Abteilungen auch selber ihre Wissensbasis aufbauen, sei es in einem zentralen Wiki oder sei es fachspezifisch auf deren Seiten, weil grundsätzlich da können wir ja auch nicht überall die Betreuung gewährleisten für eine komplette Kommune. Definitiv, macht ja an der Stelle auch, eine kleine Sache, dann darfst du jetzt rennen, macht ja an der Stelle auch nochmal mehr sichtbar zu sehen, okay, wer ist eigentlich Experte für Thema XY? Ich habe damit direkt die Person, die dann den Wiki-Artikel oder die Seite oder Ähnliches aufgebaut hat, als meine Ansprechperson, als eine zentrale Redaktion, die vielleicht nur Vermittler auf der Ebene ist. Das sind so ein paar Punkte, die ich ergänzen wollte. Das eine ist, also Lea hat das erwähnt, so Begehung im Sinne von mal gucken, was ist denn jetzt da, damit ist auch eine Frage verbunden und die ist oft unbequem, was hören wir denn auf zu tun? Also was steht auf der Stop-Doing-Liste? Wir hatten im letzten Jahr ein Stadtwerk begleitet, sind durch die diversen Lokationen gegangen, haben uns das angeschaut und haben tatsächlich gesagt, dieses schwarze Brett wird natürlich abgebaut. Also die Parallelisierung darf es dann auch irgendwann nicht mehr geben. Das Zweite ist, finde ich, Matthias, ist ein wichtiger Punkt, oftmals ist ja da, ist ja die Aufhängung auch sofort imagebildend. Und wenn typischerweise so ein Social Intranet in der Digitalisierungsstabsstelle alleine aufgehängt ist, dann wird es auch schnell als Tool interpretiert und nicht darüber hinaus. Deswegen so wichtig, diesen Punkt ist auch durchaus eher in der Kommunikation zu verankern, was eine Riesenherausforderung ist, weil die Kommunikation typischerweise in der Verwaltung nicht so sehr eine interne Kommunikation ist, sondern eben die nach außen gerichtet und typischerweise auch knapp besetzt. Da gibt es dann auch genug zu tun und der Workload ist eh schon bei 100 Prozent. Aber das muss man, das sind wieder diese organisationalen Konsequenzen. Also was sind die Folgekonsequenzen einer Entscheidung? Habe ich dann im Nachgang die Ressourcen? Hole ich sie mir temporär von außen? In so einer Aufbauphase habe ich eine Content, also eine Content-Entwicklung, die gegebenenfalls auch von außen mit angepreden wird. Und natürlich, ich kann mich daran erinnern, ich habe tatsächlich im letzten Jahr bei den Führungskräften der Stadtwerke dann auch einen Workshop gemacht. Den habe ich mir mit einem Kollegen, Matthias, vergleichbar wahrscheinlich mit deiner Stelle, geteilt. Er hat primär das Tool und die Funktionalität vorgestellt und ich habe nur über das Thema Rolle von Führungskräften in der internen Kommunikation gesprochen. Eben deutlich zu machen, Kommunikation ist ein Führungsinstrument und ihr müsst es vorleben. Und die Frage der Geschäftsführung war damals auch, muss ich das auch tun? Die böse Antwort war ja, obwohl sie so viel zu tun haben. Es geht nicht anders. Ich glaube, das muss man immer, muss man da ganz stark sehen. Auch dazu noch, wenn ich noch was Kurzes dazu sagen kann, zu unserem Einführungsprozess. Wir haben auch gerade, weil wir erreichen wollen, dass auch später, wie gesagt, so ein bisschen auch die Fachbereiche selber arbeiten und auch selber den Mehrwert finden. Wir haben grundsätzlich so eine interne Projektgruppe jetzt nicht nur zu dem Thema Social Internet gemacht, sondern auch für diverse Projekte, wo wir die immer so ein bisschen auf den neuesten Stand mitbringen und vielleicht auch mal einzelne kleine Teilprojekte von dieser Gruppe mit übernommen werden. Da sind Mitglieder aus jedem Fachbereich mit drin. Und die sollen natürlich auch als Sprachrohr dann für die jeweiligen Abteilungen beziehungsweise Fachbereiche gelten. Und dieses Wissen dann oder die Vorteile dann auch einfach mit reintransportieren in die Fachbereiche. Weil das schafft man ja persönlich selber gar nicht. Man ist nicht mit jedem Fachbereich jeden Tag in Kontakt und hat auch einfach gar nicht zu jedem den entsprechenden Kontakt. Und die wissen halt viel besser, wer vielleicht gute Ideen hat oder wer vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützungsaufwand bei den Thematiken braucht. Deswegen haben wir es von vornherein auch für wichtig gehalten, die dabei mitzunehmen, sodass ich da auch von selber mal so ein bisschen geholfen werden kann und wir nicht bei allen Sachen mit dabei stehen müssen. Wir unterstützen natürlich gerne, aber dafür gibt es ja auch ein paar Fachexperten, die dann bei Kleinigkeiten ebenfalls schon unterstützen können und so ihr Wissen auch ständig erweitern. Definitiv hat sich auch in allen möglichen anderen Bereichen immer wieder bewährt, Multiplikatoren mit am Start zu haben, die das Ganze mit befördern und unterstützen. Vielleicht noch mal, ja gerne. Sorry, also ein Punkt, der mir noch mal wichtig ist. Erlebnisse auch da. Es ist etwas Neues, oftmals etwas Neues und Neues ist oft auch in Organisationen mit Unsicherheit verbunden. Und das muss man thematisieren. Man muss das ansprechen. Man muss ansprechen, dass sich Leute am Anfang unsicher fühlen und vor allen Dingen Führungskräfte fühlen sich ganz oft unsicher, sprechen aber nicht darüber. Das muss thematisiert werden, um es aus dem Weg zu räumen. Sonst entsteht so eine stillschweigende Blockadehaltung und man weiß gar nicht, warum. Und das hat oft was damit zu tun, dass man eben sich unwohl fühlt in diesem neuen Environment. Wie mache ich das denn? Ich habe gar nicht die Kompetenz, vielleicht damit umzugehen. Vielleicht schreibe ich auch nicht gerne. Muss dann erst mal entdecken, wie ich mit anderen Instrumenten arbeite. Also das Thema muss angesprochen werden. Das ist wichtig als Erfolgsfaktor. Hast du vielleicht da noch mal eine Folgefrage, weil du hast nämlich einen Punkt, den ich eh hier noch auf meiner kleinen To-Do-Liste hatte, mit abgehakt. Hast du einen Tipp an der Stelle, wie man Unsicherheit vielleicht nehmen kann? Also ich mache das immer und wir im Team, wir sprechen das ganz proaktiv an. Zwar bevor es jemand äußert. Man kann ja viel antizipieren, was für Unsicherheiten da sind. Und wenn man die frühzeitig anspricht, in den Prozess der Implementierung aufnimmt, dann nimmt man da schon ganz viel raus. Ansonsten das, was Matthias gesagt hat, so Lead-User-Konzepte, quasi wechselseitiges Mentoring, sind, also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, was auch zum Teil sehr nette Effekte haben kann. Wir haben bei den Stadtwerken zum Beispiel auch so einen netten Effekt gehabt. Wir haben plötzlich festgestellt, es gibt einen Mitarbeiter in einem Sachbereich, ganz trockenes Thema, der war aber begeisterter Videocutter. Das heißt, der hat die ganzen Videos dann produziert, weil er einfach Lust hat. Da kam so eine intrinsische Motivation dazu. Auch sowas ist dann beiläufig passiert dann eben auch. Aber das muss man auch zulassen. Also die Menschen, wir kommen ja alle nicht, wir gehen ja nicht zur Arbeit und lassen den Privatmenschen an der Eingangstür zurück, sondern den nehmen wir ja mit. Und wenn wir im Privaten vielleicht begeistert schon in der Medienproduktion unterwegs sind, dann sollen wir das doch jetzt einbinden und darauf auch aufbauen. Das muss man dann identifizieren. Definitiv. Ich würde da tatsächlich gerne noch ein Beispiel ergänzen. Es wird ja jetzt auch zu dem Thema, was Matthias auch gesagt hat, auch die Fachbereiche weiter zu befähigen, ihre eigenen Seiten oder Themen aufzubauen. Und auch, so wie du es gerade schon gesagt hast, jetzt rein, nicht jeder wird als Content-Ersteller geboren. Da kann ich an der Stelle nur den Tipp mitgeben, vielleicht einfach aus der zentralen Kommunikationsseite heraus Templates vorzubereiten oder bestimmte Guidelines oder Ähnliches, die den Anfangsschritt erleichtern, dann selber in die Content-Erstellung zu gehen. Wo dann einfach auch aus anderen Kundenbeispielen schon positive Geschichten rausgekommen sind, die dann das echt auf einem schönen Level umgesetzt haben und sogar teilweise dann sehr selbstbewusst auch erweitern. kann aber, glaube ich, für den Start dann eine ganz gute Möglichkeit sein. Ist sogar zwingend. You never make a first impression again. Das ist so wichtig. Definitiv. Also eigentlich bin ich bei dir. Und es als Lernprojekt verstehen, dass man auch sagt, nach ein paar Monaten, man guckt, was läuft gut, was läuft nicht gut und das, was nicht gut läuft, muss man dann auch ändern. Auch das muss man von Anfang an ankündigen, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, auch der Verbesserung des Lernens, Dinge auch wieder hinter sich zu lassen. Auch etwas, was Verwaltung nicht unbedingt kulturell in die Wiege gelegt ist. Auch dazu noch mal kurz, bezieht sich auch auf alle anderen Digitalisierungsprojekte, muss ich sagen, dieser Effekt auch mal sich selber so ein bisschen zu fragen, was nimmt man daraus eigentlich mit aus der Einführung dieses Projekts? Ist das alles so gelaufen, wie man sich das gedacht hat? Es gibt ja auch schon so einen Überblick über die Verwaltung. Wie ist so das Interesse? Wie ist so das Verhalten überhaupt auf neue Projekte? Weil die werden aus unserem Bereich natürlich regelmäßig angestoßen. Und da kommen auch wahrscheinlich noch größere Projekte als jetzt die Einführung eines Intranets oder eines Social Intranets. Und da kann man natürlich auch gewaltig viel Wissen raus mitnehmen, auch für uns selber, wie so das Verhalten ist und wo man vielleicht ran muss und wo man noch einfach ein bisschen Unsicherheiten nehmen muss auch. Definitiv. Ihr habt jetzt schon auch ein, zwei Themen wieder angeteaselt, was in Richtung Veränderung, Transformation, Kulturwandel und so weiter einhergeht. Was ich gerne mit überführen würde auf unsere letzte These, wenn ihr mögt. These Nummer vier lautet nämlich mehr Transparenz, mehr Teilhabe und bessere interne Kommunikation gehen nur Hand in Hand mit einer Kulturveränderung. Matthias, bei euch. Wie siehst du es in der Stadt Fails? Ja, kann man bestätigen, muss ich sagen. Viele wollen natürlich auch die Kulturveränderung. Das ist klar, um so ein bisschen wegzukommen von dieser, ich sag mal, Unbeweglichkeit der Behörde. Das kann ich absolut nur so unterstützen, dass man grundsätzlich auch ein anderes Denken bekommen muss, weil auch gerade nochmal zu dem Thema Wissen. Jetzt grundsätzlich ist es ja teilweise auch so, dass nicht vielleicht alle bereit sind, das Wissen auch gerne zu teilen. Das ist einfach so, weil es bisher halt einfach anders gehabt wurde. Wissen ist ja auch Macht in gewisser Weise und da muss man einfach auch so ein bisschen weg von dem Denken, sondern das Wissen für alle bereitzustellen. Wenn man auch zum Beispiel Richtung IT-Themen geht oder so Sachen, die User auch einfach selber machen können, wenn sie in einem Wiki wunderbar protokolliert sind, dann braucht dafür nicht immer die IT angerufen werden. Das sind alles so Themen, was man damit natürlich machen kann. Aber grundsätzlich ja, Kulturveränderung ist auf jeden Fall notwendig. Egal, um welche Digitalisierungsprojekte, es geht. Es muss in gewisser Weise ein Umdenken stattfinden, was aber auch durchaus schon in der Mache ist, würde ich mal sagen und auch viele so sehen. Ich meine, es kommt natürlich auch viel Nachwuchs nach, sage ich mal, das ganze Konzept sowieso ein bisschen anderer sehen. Und wenn diese Kulturveränderung, sage ich mal, auch dann vom Verwaltungsvorstand auch noch vorgelebt wird, mit Offenheit für solche Digitalisierungsprojekte, mit Offenheit auch dafür mal Geld in die Hand zu nehmen, wo auch andere vielleicht sagen würden, ja, wofür gibt man denn da Geld aus ungefähr, weil gar kein Mehrwert gesehen wird. Aber wo sich im Endeffekt doch ein Mehrwert daraus bilden könnte, das auch einfach mal zu sehen, das bringt schon sehr viel. Aber klar, eine Kulturveränderung muss einhergehen, aber das wird sie auch zwangsläufig. Das liegt nicht nur an dem Intranet, das kommt durch diverse andere Projekte, es immer digitaler wird und ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzungsfrage. Wie wird denn aktuell euer Social-Infranet angenommen? Du hast es ja selber schon gesagt, ihr seid November letzten Jahres am Start, ist jetzt noch nicht so lang, wo ihr natürlich immer noch im Prozess seid und auch Zeit es braucht, um eine Akzeptanz auch der Leute dafür zu bekommen. Wie wird es bei euch aktuell angenommen? Auch da ist es ja so, es kommt darauf an, auch eine klassische Aussage wieder, von manchen Fachbereichen sehr viel, von anderen weniger. Außenstellen war ja auch so ein großes Thema bei uns, dass die mehr mit einbezogen werden sollten. Auch da ist ein Von-Biss, weil auch grundsätzlich immer noch so ein bisschen die Abneigung da ist, wenn kein Diensthandy vorhanden ist, die Sache auf sein eigenes Gerät zu installieren. Das ist auch immer so ein Thema. Und da so ein bisschen, da muss man auch so ein bisschen arbeiten, um da die Angst vorzunehmen. Weil man muss ja nicht dann ständig reingucken, wenn man im Urlaub ist. Das ist ja gar kein Thema. Von mir aus kann man die App ja dann auch wieder löschen für den Urlaub. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie es angenommen wird. Aber teilweise merken wir jetzt auch, es wird deutlich besser und es bilden sich auch mal mehr oder es kommt immer mehr die Sicht auf, dass es auch Vorteile gibt. Absolut, was man darin regeln kann, wo sonst immer diese abteilungsinternen Rundmails geschrieben wurden. Das ist halt einfach nicht mehr notwendig und man macht sich nicht unnötig den Posteingang voll. Ja, also es hat schon auch da eine Entwicklung stattgefunden. Auf jeden Fall am Anfang war es auch vielfach so, als wir mit den Fachbereichen zusammensaßen, dass es dann hieß, ja, zeigt uns doch mal die Vorteile so ungefähr. Ja, ich kenne mich ja auch nicht in der Struktur von dem jeweiligen Fachbereich aus. Da muss ja noch einfach so ein bisschen, es muss so ein bisschen durch die Zeit halt auch kommen, was man da vielleicht machen kann, auch so ein bisschen, wir können Ideen anstoßen natürlich, aber ich bin ja nicht so tief im Thema bei den Fachbereichen, dass man sagen kann, ja, das machst du jetzt da rein und das nicht, sondern auch da muss so ein bisschen so ein Prozess stattfinden, dass dann einfach auch so ein bisschen das Gespür dafür kommt, was möglich ist, was man über das Social Internet abbilden kann und was vielleicht auch nicht. Definitiv. Jens Rainer, wie siehst du es an der Stelle für den Erfolg einer Kommunikationsplattform oder generell einer internen Kommunikationssysteme Kulturveränderung? Also Matthias hat mir das gerade vorweggenommen, was mir durch den Kopf geht die ganze Zeit. Also der wichtige Punkt, den ich immer sage, ist Kultur entsteht. Und Kultur wird nicht verordnet. Also ein Stück Kulturveränderung in einem Quartal, das gibt es nicht, sondern Kultur entsteht und Kultur ist das, was wir tagtäglich erleben. Kultur ist nie das Besondere. Das Besondere, das Einmalige, das Punktuelles, ist nicht Kultur. Kultur ist das, worauf wir uns verlassen können, was dauerhaft die Organisation prägt. Und insofern ist es auch im Erwartungsmanagement, wenn man die Projekte aufsetzt, entscheidend, von vornherein zu sagen, es braucht eine gewisse Zeit, bis es in der Unternehmenskultur, in der Kommunikationskultur angekommen ist, bis die Kompetenzen entstanden sind, bis das Vertrauen entstanden ist, bis der Mehrwert gewachsen ist, weil das auch, das ist ja dieses, die Inhalte müssen erstmal rein, müssen auch andere wieder raus, das muss man auch sagen, das darf auch keine kommunikative Müllhalde werden, da muss man auch drauf achten. Das braucht Literacy, Umgang, Kompetenzentwicklung, aber es ist eben ein Zeitthema und es ist auch nicht gut, aus der Führung heraus zu sagen, wir brauchen jetzt ein Stück, also wir brauchen jetzt eine Kulturveränderung, so funktioniert es eben nicht. Und das ist das, was Matthias, glaube ich, eben ganz intensiv beschrieben hat und was ihr ja anscheinend auch genau in der Form macht, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt. Definitiv. Lea, hast du denn noch was zu ergänzen? Ja, ich würde da ergänzen, genau. Das fand ich auch schön beschrieben, also man braucht halt einfach diesen Raum, also wenn man halt Mehrwerte am Anfang liefern möchte, ist das halt oft schwierig zu beschreiben, weil das ist etwas, was sich entwickelt. Wenn man so einen Prozess hat, dann schaut man sich das Potenzial an, was eben da rauskommen kann. Aber man muss den Mitarbeitenden erstmal die Möglichkeit geben, eine bessere Kultur entstehen zu lassen. Und klar, es ist hilfreich, wenn man am Anfang schon diesen Wunsch hat nach einer besseren Kultur, aber ganz klar muss man auch erstmal die entstehen lassen. Und dafür hilft halt einfach eine Kommunikationslösung, wo man das auch vorleben kann, in welche Richtung es eben geht. Dass man den Mitarbeitenden dann auf der Plattform plötzlich ein Wiki gibt, wie sie in die IT reinspringen können, um Informationen zu sehen. Das kann man vorher im Alltag oder vor so einem Prozess oft noch gar nicht beschreiben. Aber das entwickelt sich eben Schritt für Schritt. Und da ist es, denke ich, ganz wichtig, diese Zukunftvision vorzumalen oder eben da eben zu sagen, so hey, das wird schon entstehen, wenn wir einfach eben diesen Raum für unsere Mitarbeitenden geben. Wenn ich dazu noch was ergänzen darf auch, da muss ich auch sagen, so ein bisschen nicht nur von selber Vorteile finden, was bei uns auch auf jeden Fall ganz gut war, war so ein bisschen Beharrlichkeit auch zu zeigen von unserer Seite. Wenn dann doch wieder die Rundmail kam, die auch eigentlich im Internet hätte veröffentlicht werden können, dann muss man auch vielleicht am Anfang zwei oder drei oder auch fünfmal hier zum Telefon greifen oder auch den Chat dann benutzen, um einfach mal zu sagen, das könnte man auch zukünftig oder sollte man über das Internet machen, dann funktioniert das auch deutlich besser. Nicht bei jedem, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ein bisschen Beharrlichkeit, trotz natürlich auch aller Freiwilligkeit grundsätzlich, ist da auch manchmal gefragt. Definitiv. An der Stelle kann ich auch mal ein kleines persönliches Beispiel fallen lassen. Wir nutzen bei uns ja auch unser Social Internet selber als Plattform und als damals ein Kollege bei mir im Partnerships-Team angefangen hat, habe ich ihn mal ein bisschen über die Klinge springen lassen und habe ihm gesagt, ja, ja, die Nachricht kannst du direkt an unseren CEO per E-Mail weiterleiten. Das brauchst du nicht irgendwo reinpacken in den Chat. Ja, und dann hat er direkt einen über den Rüssel gekriegt, warum er das nicht bei uns im Intranet im Chat einmal reinpostet. Und wir intern, wir schicken nämlich keine E-Mails. Aber gut, war auch ein Learning, was er seitdem nie wieder gemacht hat, intern E-Mails zu verschicken. Auch eine ganz witzige Anekdote an der Stelle. Habt ihr sonst noch irgendwelche Ergänzungen, wo ihr sagt, okay, das haben wir bisher noch nicht besprochen, das muss ja auf jeden Fall noch Erwähnung finden? Gut, stillschweigen ist für mich ein Nein. Dann sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende unserer heutigen Session angelangt. Ich würde an der Stelle einmal unsere Zuschauer und Zuschauerinnen bitten, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, die jetzt doch noch entstanden sind, schreibt die gerne in den Chat. Und während ihr das tut, würde ich gerne meine ExpertInnen hier bitten, noch ein kleines Fazit zu ziehen für uns alle. Und würde euch bitten, dass mir jeder von euch mal diese Frage beantwortet. Was ist euer ganz persönlicher Tipp für erfolgreiche interne Kommunikation in Städten und Kommunen? Fernmarktbeginn. Der darf anfangen. Kann ich gerne machen. Ja, grundsätzlich, was ich sehr wichtig finde, oder dass man erst mal sich auch wirklich das Go vom Verwaltungsvorstand beziehungsweise von den obersten Etagen einholt. Von da muss schon mal so ein bisschen dahinter stehen, auf jeden Fall, dass das Ganze umgesetzt werden soll. Dann sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten. Man sollte sich nicht auf Krampf möglichst schnell zusehen, dass man ins System kommt. So frei nach dem Motto, man bezahlt ja schon, müssen jetzt auch rein. Sondern man sollte sich Zeit lassen, das alles sehr sauber vorbereiten. Auch persönlich sich schon mal darauf einstellen, dass es ein bisschen Betreuungsaufwand geben wird. In den nächsten Monaten auch. Und dann auch einfach ganz klar von vornherein kommunizieren, dass das Ganze auch ein Projekt ist, was sich entwickeln muss, was wir ja gerade schon hatten, das Thema, dass man da nicht erwarten kann, dass jetzt auch innerhalb von fünf Monaten, sechs Monaten oder auch einem Jahr alles super funktioniert und alles super läuft und es von jedem gleichmäßig angenommen wird. Das muss sich einfach mit der Zeit so ein bisschen entwickeln. Und ja, also das wären so meine Punkte, die ich dazu gerne sagen würde. Vielleicht bevor wir mit dem Parti von euch anderen beiden weitermachen, es kam gerade eine Frage im Chat, die ich an dich, Matthias, hier gerne einmal richten wollen würde. Wie habt ihr die Mitarbeitenden abgeholt bei der Einführung? Das passt tatsächlich vielleicht ganz gut zu dem, was du eben auch schon so kurz angesprochen hast. Also wir haben das, wie gesagt, wir hatten ja erst diese, unsere Projektarbeitsgruppe, sage ich mal, mit Mitgliedern aus jedem Bereich. Die haben wir als allererstes mitgenommen, als das quasi, als die Unterschriften trocken waren, haben wir dann gesagt, was jetzt ungefähr kommen wird. Diese User haben auch angefangen dann schon als erste User so ein bisschen mit im System rumzustöbern, sage ich mal. Wir haben ein bisschen geguckt, was ist alles möglich, wie sieht das aus, haben das dann auch schon an die, ihre jeweiligen Fachbereiche so ein bisschen weiter getragen. Da war es allerdings noch nicht offiziell, aber es ist bei dem einen oder anderen schon mal angekommen, dass da was kommen wird. Und dann haben wir das Ganze über tatsächlich, ich glaube, vier oder fünf Monate oder drei oder vier, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben wir dann tatsächlich Teaser-Videos gemacht, schon ein bisschen was angeteasert, wie die Seite so langsam im Aufbau war, wie sich das Layout entwickelt hat und haben das dann und haben das dann nach und nach so angekündigt und haben das Ganze dann im Rahmen unserer Personalversammlung im November vorgestellt, sodass dann auch alle quasi anschließend direkt ihre Zugänge hatten und sich dann ins System einloggen konnten. Also das war so unser Weg. Aber schon mal so ein bisschen, ich sage mal, Appetit machen auf das ganze Projekt. Deswegen sind wir da dann noch damals über die Rundmail mit so ein paar kleinen Teaser-Videos. Nichts Großes, aber einfach mal, um so ein bisschen die Leute mitzunehmen. Was passiert da eigentlich? Was entwickelt sich da im Hintergrund? Perfekt. Vielleicht als Ergänzung dazu auch noch aus anderen Kunden, auch aus größeren Unternehmen, gibt es auch immer wieder die Kombination des Go-Lives von einem Internet in Kombination mit einem Mitarbeiterfest. Ihr habt jetzt auch eine Versammlung gemacht, kann man natürlich aber auch in einem Fest oder irgendwas kombinieren. Bei Rotkäppchen war es tatsächlich so, dass die Geschäftsführung auf einem roten Buzzer auf der Bühne gedrückt haben und dann das Internet quasi live war und dann drumherum auf dem Mitarbeiterfest einzelne Stände waren, die nur zum Thema Internet waren, wo man sich selber einloggen konnte und auch so kleine Workshops machen konnte, um direkt loszulegen. Also da gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten, aber so wie Matthias es auch schon gesagt hat, von Anfang an schon im Laufe des Projektes vor dem Go-Live Projektmarketing zu machen und die Leute frühzeitig mit abzuholen, was sich da überhaupt entwickelt, ist immer eine gute Methode. So, Fazit, weitermachen. Jens Reiner. Naja, also ich habe eben ergänzend zu dem, was Matthias gesagt hat, würde ich sagen, wenn ich jetzt in der Verwaltung sitze und mal den Horizont oder den Blick nach vorne nehme, was auf die Verwaltung in den kommenden Jahren zukommt an Prozessen, also wir haben das OZG, was gerade verlängert worden ist, aber was massive Veränderungen nach sich zieht. Wir wollen eine ganz andere Citizen Experience zukünftig anbieten. Der politische Wunsch ist gegeben, dass die Verwaltungsmodernisierung getrieben ist und ich würde sagen, der persönliche Tipp ist, möglichst früh jetzt eine gute interne Kommunikation aufzusetzen, weil sie ein Erfolgsfaktor ist, all diese Veränderungsprozesse, die und Matthias hat es vorhin gesagt, die viel größer sind, erfolgreich umzusetzen, weil in all diesen Prozessen brauchen wir die interne Kommunikation als Instrument, als Werk, als Kanal und insofern, da würde ich sagen, jetzt beginnen, um die großen wirklich auch Mammutaufgaben, die da vor den Verwaltungen auf allen föderalen Ebenen liegen, auch erfolgreich zu bewältigen. Ich würde auch noch an das, was Matthias gesagt hat, anschließen, dass man eben in der Vorbereitung darauf achtet, Mehrwerte für alle Zielgruppen zu schaffen, also dass, wenn man eben vor der Einführung steht, überlegt, okay, wo haben wirklich die einzelnen Abteilungen, einzelne Bereiche Vorteile dafür, um dann eben so eine digitale Heimat für wirklich die gesamte Stadt zu schaffen, und dass es nicht nur so rüberkommt, als wäre es eben für einzelne Bereiche von Vorteil, sondern eben da eine Einheit zu schaffen und da eben sowas wie einen gemeinsamen Namen zu finden, dass man da zusammen abstimmen kann, das ist eine schöne Idee und da eben einfach auch so diesen Hype irgendwie zu generieren, dass es wirklich jetzt für alle die Kommunikationsplattform ist, das ist immer sehr schön und kommt gut an. Auch dazu noch, wenn ich kurz darf, gemeinsame Namensabstimmung ist bei uns in dieser Arbeitsgruppe tatsächlich auch so gelaufen und auch so ein paar Layout-Fragen wurden da auch geklärt, sodass wir da die, zumindest einen Teil der Leute auch schon mal mitgenommen haben. Ja, schöne Idee. Definitiv. Teilhabe und Beteiligung ist das A und O, sodass sich da auch jeder mit abgeholt und auch integriert fühlt. Das ist eben Social-Internet, also es soll halt eben für alle sein und nicht nur aus einzelnen Bereichen und gerade mit so weit stimmt man da wirklich auch für so eine digitale Heimat irgendwie ein. Definitiv. Ja, was soll ich sagen, wir sind am Ende unserer heutigen Session angelangt und an der Stelle möchte ich einmal ein riesengroßes Dankeschön an euch drei richten, Lea, Jens, Rainer und Matthias. Es hat mir super viel Spaß gemacht, die Session hier mit euch zu gestalten. Vielen, vielen Dank für all eure Impulse, auch die praktischen Erfahrungen, die ihr hier mit uns geteilt habt. Ich finde, da waren ganz, ganz viele wertvolle Themen mit dabei. Und an der Stelle auch ein großes Dankeschön an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und falls ihr jetzt noch Lust habt, mehr über Halo, unsere M4-Communications-Plattform zu erfahren, tretet gerne mit uns in den Kontakt oder besucht einfach unsere Website halo.com und stöbert da und links und rechts mal ein bisschen rum. Könnt da aber über die Website natürlich auch eine Demo buchen oder, oder, oder. Und wer Lust hat, auch abseits dieses digitalen Formates auch mal live mit uns in den Austausch zu treten, dem würde ich gerne unser Live-Event-Format, den Halo Breakfast Club ins Herz legen. Hier haben wir eine Coms-Community ins Leben gerufen, wo wir in einer Art Networking-Event KommunikatorInnen die Möglichkeit bieten, sich untereinander auszutauschen, mal über unterschiedlichste Herausforderungen zu sprechen. Wir liefern bei den Events immer auch spannende Impulse, sprechen über aktuelle Themen oder Trends und ja, touren gerade durch Deutschland. Der Breakfast Club findet alle zwei Monate statt und der nächste ist im Juni in Düsseldorf angesetzt. Also, falls ihr da mal Lust habt, mehr zu erfahren, geht da einfach auf unsere Halo Breakfast Club Website über den QR-Code. Ja, und damit sage ich Tschüss, wünsche euch allen einen wunderschönen restlichen Tag, bleibt neugierig, bleibt inspiriert und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.